Mein Name ist Benjamin Bergner, ich bin Chemiker bei der BASF, einem weltweit agierenden Chemieunternehmen. Zusammen mit einem internationalen Team arbeite ich an Lithium-Ionen-Batterien, die anschließend Anwendungen in Elektrofahrzeugen finden. Wir fokussieren uns dabei vor allem auf das Kathodenaktivmaterial. Das sind Metallsalze, die aus Lithium, Kobalt, Nickel, Mangan und Aluminium bestehen. Das Kathodenmaterial ist für uns deshalb besonders interessant, weil es maßgeblich die Eigenschaften der Batterie und damit natürlich auch des Elektroautos am Ende bestimmt. Das sind Größen wie die Ladedauer oder auch die Reichweite eines Autos. Jeder möchte mobil sein, ich natürlich auch. Und die steigende Mobilität in Einklang zu bringen mit Nachhaltigkeit und Klimaschutz ist für mich eine der größten Herausforderungen unserer Zeit. Wir als BASF sehen Elektromobilität als den Schlüssel zu erreichen dieser Ziele. Um Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge komfortabel, sicher und bezahlbar zu machen, benötigen wir Chemie. Wir als BASF liefern hierfür nicht nur die Kathodenmaterialien, sondern auch Lacke, Pigmente und Polymere. Aber das ist längst noch nicht alles. Gemeinsam mit unseren Partnern setzen wir uns auch dafür ein, dass die gesamte Wertschöpfungskette sozial verantwortlich, ökonomisch und ökologisch nachhaltig und innovativ ist. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.